so guten morgen zusammen ja ich befinde mich heute in der manhattan simulation und ich führe euch da mal jetzt mal ein bisschen rum muss aufpassen dass man es auch richtig machen geht so zum ersten fahrplan holen hier ist mein fahrplan 7 uhr 30 fast kommt dann wieder rein in den bus jetzt gehen wir in meinen bus das ist mein fahrer arbeitsplatz hier sondern steigen aber ein starten den motor stellen ein mit town machen die türen zu und dann fahren wir los zack 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 jetzt kommen die kunden morgen die möchte ein ticket jawohl noch einer der rein will nein machen wir die türen zu und dann fahren wir los diese gelben hütchen da die zeigen an wo ich halten muss kommt der nächste fahrgast rein guten morgen türen wieder zu und ab die fahrt dann blinken wir mal da ist ein stopp schild dann machen wir einmal da ein blick hin und da ein blick hin und wenn das passt ziehen wir raus so jetzt können wir beschleunigen so jetzt können wir beschleunigen so jetzt benutzen wir die bus spur rote ampel zack bleibe ich schön stehen dass ihr es auch sehen könnt wir blinken so dann lacht war doch gelacht wenn wir das nicht schaffen so fest die brem ist hier wieder raus denn wir müssen jetzt gleich fahren bis dadurch bis es dauert so jetzt ist grün das mit dem voraus und dann drehen wir jetzt rum so vorsichtig herumfahren langsam genau so hallo hallo guten morgen aber ich habe noch einen bergen morgen du hast nur ein paar Geld dann leg einfach mal hin guten morgen geht es dir gut So, dann fahren wir weiter. So, das was jetzt passiert ist, das habt ihr ja gerade gesehen. Das wollte ich euch jetzt bloß mal zeigen. Wenn man über eine rote Ampel fährt, dann blitzt. Das wollte ich euch jetzt bloß mal zeigen. Normal fahre ich da nicht drüber, aber heute wollte ich es euch mal zeigen. Hallo Sir. Morgen. Hallo. Morgen. Hi. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Dann fahren wir wieder. Auf geht's. Mein Gott hier. Manhattan Scheiß, Alter. Fahren wir die gestörten. Nenn mal im Bus, wenn blinkt, lass uns ja raus, du. Da den ganzen doch rumfahren, dann kollabierst du ja. Ein bisschen doof, du Klingspiegel oder was? Bescheuert hier. Da. Da. Dir das mal rein, da. Arschloch. Ein Bus hat Vorfahrt, du. Und dann kommst du auf die Fresse, du. Blöden Penner, hey. So, wenn wir in die USA weg. Mein Gott. Wird es heute noch was? Jetzt. Er ist da durch, du bist, du bist ja in Bamberg gestorben, Alter. Ja. Hahaha. Haha. So. Lassen wir es ja wieder rein. Morgen. 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 Kannst du haben das Ticket? Jederzeit. Hallo. Morgen. So. Türen zu und ab die Fahrt. Ich will es ja wieder rein. Blinken und los. Morgen. Guten Morgen. Morgen. He. Vielen Dank. morsche morsche die fahrgäste sind gut drauf das passt hier meckert keiner an Busterminal Guten Morgen, das ist wie so ein Busbahnhof, dass mal jeder gleich Bescheid weiß. Hallo Kann ich nicht mehr, die macht mich fertig Das ist natürlich blöd, wenn die hier so tuckern, ist alles meine Zeit hier Tukka 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 bist du ein paar? Nein, das ist doch wahr, Morgen Du merkst schon, ich reg mich heute ganz schön auf, Morgen 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 Guten Morgen Hallo Sir Einen wunderschönen Morgen Ha Ok, und dann fahren wir wieder Aaaaah Nein, schalte die Ampel um auf Rot Ich dreh durch Einmal ich bitte ein bisschen Hhhhh Hhhhh Und dann bist du Morgen, ein Ticket, kriegst du? Bitteschön. Ich dreh durch. Ich dreh durch mit dem Bild. Morgen, kann man doch nicht vorlaufen? Penner, du. Besoffenes Arschloch. Ist doch wahr. Hallo, guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Carlos auf Zentrale. Richtig, Carlos. William hier. Wird bestimmt einer der Verantwortlichen sprechen? Richtig. Die sind im Moment nicht hier. Soll ich was aufrichten? Nein, danke. Ich will bis später nochmal. Carlos in den Ort. Jetzt haben wir das mal gesehen. Man kann hier auch funken. So, jetzt fahren wir wieder raus. Aus der Heistelle und weiter. Das ist in Manhattan. Da kriegst du Zähne knirschen, Alter. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Hhhhh, 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 Hhhhhh, Hhhhh, Hhhhhhh. Wow! Wenn ich irgendwo so einen Kaffeeshop finde, dann muss ich noch mal schnell rein. Ich brauche einen Kaffee. Guten Morgen! Einen Mal, bitte! Morgen. Einmal. Morgen. Die Tür, wenn es zugeht, ist ja uninteressant. Schwing deinen Arsch endlich, Montule. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann er mehr? Komm schon durch. Hey, heute ist auch mal ein Platz zum rausfahren. Na gut, das war jetzt ein Hoppel. Keine Sorgen. Heute noch. Ich glaube, davon kommt jetzt mein Kaffee shop. Yeah. Jetzt ein Kaffee. Motor aus. Werne. Hallo. Einmal. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. go. Erst doch mal runter. Dann zeige ich euch den Bus mal. Hier von innen. Jetzt geh ich erst mal raus. Holte ich mal den Kaffee. Also los, jetzt laufe ich einmal schnell, so da her, da dum 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 zack. Ich hätte gerne einen Kaffee. Komplett? Nein, schwarz und ohne Zucker. Ich hätte gerne einen Kaffee. Komplett? Nein, schwarz und ohne Zucker. Okay, hier Kaffee. Mach 2 Dollar. Hier, hier Geld. Schönen Tag noch. Tschüss. Schimag 2. Ahhh, wunderbar. 失 officials. meine fresse hier das ist ein scheiß das ist ein bisschen zu laut das gehör weg guten morgen kommen sie rein in den bus hier ist warm wo ist der andere sack morgen hier 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 Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Du hast nur Bargeld? Na dann legen wir hin! Guten Morgen! 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 So, der nächste Halt ist UNO Endstation. Bitte alle Fahrgäste aussteigen. Gut gemacht, Carlos. Weitere Forderungen gibt es am Fahrplan. Sag aber Bescheid, wenn es treibt, ist die Zentrale in der Autos. So, jetzt haben wir erstmal Pause. Jetzt zeige ich euch mal den Fahrgastraum. Boah, und jetzt muss ich mal schiffen. Die Tür müssen wir noch zu machen. Nach vorne. So, und jetzt muss ich jetzt aufs Klo. Na, wo ist Fahrer denn zum Klo? So. 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 So, jetzt gehen wir aufs Klo. Ciao, ciao.